Das letzte Qualifying findet auf dem Circuit of the Americas statt. Der tückischste Streckenabschnitt ist die enge Kurve vor der vorderen Geraden sowie die große Überholfläche bergauf vor der ersten Kurve. Ein weiteres Problem ist der Bitwalker, der am Steuer sitzt. Und damit herzlich willkommen bei Forza Motorsport 6. Weiter geht's in der Karriere. Okay, das nächste Qualifikation, Qualifikation, Qualifying Qualifikationsrennen, das ich seit rausbekomme vor lauter Aufregung. Circuit of the Americas. Überleg es gerade, ob ich die Strecke kenne. Hat ja heute anders geheißen. Das ist schon alles wurscht. Wir werden uns einfach mal anschauen, wie wir uns hier zurechtfinden. Mit dem Golf R nach wie vor unterwegs. Nichts getunt, also eben so gelassen, wie er von Haus aus ist. Mit dieser Tuning-Geschichte werden wir uns das nächste Mal beschäftigen. Beziehungsweise werden wir das mal anschauen. Ihr wisst schon, ich bin nicht der Meister-Tuner. Hallo, liebe Computersprecherin, liebe Quasseltante. Hast du gesehen, wo ich die letzten Rennen gewonnen habe? Oder eben nicht gewonnen habe? Das lassen wir so, wie es ist. Da darf man nichts herumstellen. So, Tuning-Einstellungen. Hat sich da was geändert? Ah, da kann man das jetzt auch noch direkt verändern. Da, schau her. Ja, das geht jetzt wirklich noch während des Rennen. Das ist vorher auch gekommen, glaube ich nicht, oder? Dass man im Race, vor dem Race, egal. Ja, gleich mal den Reifenluck ein bisschen runterfahren. Das ist halt schon schön, dass das ordentlich funktioniert. Da haben wir nicht so viel herum. Übersetzung lassen wir alles. Ja, wie gesagt, ich schraube gar nicht lange herum. Bevor ich irgendeinen Blödsinn mache. Da bin ich nicht herum. So, pass auf. Rennen starten, hüpfen wir gleich rein. Und lassen uns überraschen, was die Piste hier ergibt. Jetzt mit richtiger Schaltung. Ich habe jetzt wieder alles umgestellt. Es sollte jetzt so passen, wie ich es gewohnt bin. Mein Nürburgrace-Rennen. Also gesehen habe, da habe ich es noch so verkehrt gehabt. Ah, so gefällt mir das mit der Schaltung. Jawohl. So, die Strecke sagt mir gar nichts. Oh, oh, oh. Ah, schön durchgewüsselt da. Ohne einen Schaden zu nehmen, aber es ist wie angerempelt. Schau sein. Oh, das ist eine geile Strecke. Die ist schön flott da. Also bis jetzt zumindest. Oh, die fährt sich schön flüssig. Was ist denn das für eine Piste, bitte? Ah, Windschatten wollte ich haben. Oh, man ist die Breite. Da kannst du nicht mit einem Flugzeugträger fahren. Das ist nur der Haupt. Ein Sui-Resinator. Zumindest zehn Treiber da. Oh, das macht ihn er. Jetzt haben sie aber schön nach vorne gemogelt, glaube ich, zwei. Er mit einem schönen Überholvorgang. Immer ein bisschen ein Trifting. Ja, kämpft da war ein schön rum. Der Treiber da von ihm. Jetzt ist die Frage, ob er in der Tour wirklich auch so fährt. Die erste Runde abgeschlossen. Ich wurde übrigens gefragt bei einem letzten Rennen, also bei meinem ersten Rennen, ob man hier auch die Rundenanzahl raufschrauben kann. Kann ich noch nicht beantworten, weil ich es noch nicht selber geschaut habe. Aber es ist ja eine Woche in den nächsten Races. Ich befürchte fast, dass es nicht so ist. Ich befürchte fast, dass es Forza-like immer recht kurz Rennen sind. Das ist ja auch ein bisschen Kritikpunkt, den ich immer schon gehabt habe, hier bei Forza. Also zwei, drei Rundenrennen, das ist ja nicht wirklich spannend. Oh, jetzt sieht man noch davon, was ist denn da los? Oh, da ist ja eine Ideallinie da. Da hast du mich ein bisschen rankommen, schau. Ja, vorne in die Wiese, vorne in die Wiese, mein Schweizer Freund. Nein, komm nicht ran. Ah, ganz knapp. Ah, er will nicht. Oh, mein Gott. Oh, jetzt ist die Auslaufzone gut aufgebraucht. Jawohl, vorbei. Das wäre das erste Rennen, was ich auf Anhieb gewinne. Aber schau gut aus, schau gut aus, schau gut aus, jawohl. Na bitte. 1,59, 505. Auf dem besten Weg. Na ja. Schauen wir mal. Zollcredits 8400. Gesamt 412.000. Ein Loser halten, schau mal. Neue große Preise wurden hinzugefügt. Dies geschieht stets beim Erreichen der nächsten Fahrerstufe. Also bleiben Sie dran, um zu sehen, was Sie als nächstes erwartet. Natürlich bleibe ich dran. Dann ausschalten wir jetzt. Achtung und klick. Sie haben Credits gewonnen. Na ja, besser wie nix. Ich habe mir dran gedacht, dass ich das erste Mal den Bugatti Veyron bekommen habe. Und das war nicht geskriptet, wie ich einmal bestätigt habe. Also wunderbar. Also wunderbar. Jetzt habe ich meine Qualifyings abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt schauen wir, was auf mich zukommt. Glückwunsch. Sie haben die Qualifikationsserie erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, ich habe jetzt fort zu weiterspielen und brauche es nicht beim Fenster rauswerfen. Willkommen zur Superstraßenrennen-Staffel. Sehen wir uns die Wagen etwas genauer an. Ja, schauen wir genauer. Für die meisten von uns, unser erstes, und manchmal nur, taste of racing kommt auf die Straße. Wenn du liebst, das ist wo es alles beginnt. In den empty Parking-Arten und auf die Stadt der Straße, wo du mit deinen Runden fahrenstern, zwischen den stoplights gerätten. Wir tun das in den ersten Sachen wir haben. Oder die wir späteren haben. Dann fiddelte mit den Engen und den Spanzen, bis sie schneller waren. Und die Stripe und Sticker waren, bis sie schneller waren. Es ist das gleiche im ganzen Welt. Whether es auf japanischen mountaineisen, auf britischen Backlange, oder amerikanische Superhighways. Wir sprechen über die Aufwendung des Heroes. Fahrzeuge, die die Menschen zu den Leistungen bringen. Ob sie um ein Parkplatz zu spüren oder ein Stadtcircuit haben, die du dir selbst designiert hast. Sie sind nicht die größten, und sie werden nicht jeder Drag Race gewinnen. Aber sie tun alle eine Sache. Du brauchst nicht ein Millionen Dollar, um ein Fahrzeug mit einem großen Herz zu haben. Jede Staffel besteht aus drei Serien. Sie bestimmen, welches Auto sie jeweils verwenden möchten. Im Sinne gesetzt ist es schon wesentlich besser als bei den anderen Fahrzeuge. Das Ganze ergibt, wenn man sich das anschaut, eine leichte Story. Oder wirklich eine Karriere. Vom Straßenracer auf zum ordentlichen Racer. Schauen wir uns mal an, was gibt es hier für Strecken. Sie befinden sich nun in der Herausforderer-Serie. Jede Strecke dieser Serie stellt eine Herausforderung für einen anderen Aspekt ihres Wagens, aber auch für ihr Können als Fahrer dar. Weiter geht es zur Auswahl ihres Wagens. Jede Klasse besteht aus einer Wagengruppe einer bestimmten Autosubkultur. Wählen Sie eine der markierten Klassen, um ein Auto aus der Klassenliste auszusuchen. So, und hier mit der Auswahl sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Forza Motorsport 6, wenn es dann wirklich losgeht mit der Karriere und den ersten ernsthaften Races. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao. Euer Bitwalker Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Forza Motorsport 6,